Hallo, ich bin Sebbel und ich habe euch heute dieses Set aus dem Jahr 2018 mitgebracht und zwar ist das die 10403 World Fun. Mit dem Set kommen diese fünf Modelle, wobei diese thematisch natürlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Daher schlage ich vor, dass wir etwas ganz anderes daraus bauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hier ist auch schon das B-Modell dazu. Ein Grünspecht, der an einem morschen Baum sitzt und nach Ameisen pickt. Der Baum ist mit Moos bewachsen und der Grünspecht hat eine natürliche Farbgebung. Wenn man jetzt unten am Sockel dreht, dann fängt dieser Grünspecht an, nach Ameisen zu picken. Dieser Mechanismus funktioniert sehr gut und erzeugt dabei auch noch ein Pick-Geräusch. Die Bauanleitung für dieses Modell findet ihr kostenlos auf rebrickable.com. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch viele weitere Modelle von mir. Das war es auch schon zu diesem Modell. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald, euer Sebbel.